Wenn ihr die SIM-Karten verwenden wollt, ist seitlich beim Display ein Deckel mit zwei kleinen Schrauben, so Kreuzschrauben. Ich zeige euch das, wie man das einsetzt. Also da schrauft man mal die zwei kleinen Schrauben auf. Aufpassen, wenn die runterfallen, die kleinen Schrauben dann sind sie meistens weg. So, dann hat man die Öffnung für die SIM-Karte. Für die SIM-Karte ist die Abbildung, wie die reinkommt. Ich nehme eine Mikro-SIM-Karte, die Größe, die passt dann da genau rein. Dann tue ich sie einmal bis dorthin und dann nehme ich mir zur Hilfe noch einen kleinen flachen Schraubenzieher und drücke sie dann, bis sie einrastet, ein. Dann tue ich den Deckel wieder rauf und die SIM-Karte ist fertig eingelegt. Töne 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 Töne